Sprung Teufel Richtig fest Wie wärs mit draufhauen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Geht's dir jetzt wieder? Hast du gerade ein kleines Aggressionsproblem? Wie wärs mit Schokolade? Manchmal hilft die, hab ich gehört Oh Oh Aber was hilft, ist wenn was kaputt geht Oh Nein, 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 nein Wie nein? Warum geht da jetzt Mine wieder weg? Weil er doof ist Geht ein andere zurück Ich geh mal in den Holy Pally da hinten Geht schon in den Priest shadow schamann nein Nein, oh ihr Schweine. Und das hat er zu tun. Ich glaube, DK. Weil die lebt wieder. Der hole die Falle. Aber jetzt ist DK tot. Schau mir den einen. Komm mal, schau mir weg. Boah, der hat gerade irgendwas gefressen. Das war halt der, aber der war zu wenig. Ah, okay, gut. Das ist egal, das könnte sein Tod sein. Sag ich doch. Ich geh an Pally. Gehst du beim nächsten Mal ein Inline? Okay, ist dann in. Oh, Mine. Ist gar nicht schnell zurück. Bin noch in Fight. Da, 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 da. Ich wünsch euch die Würsten... Da, 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 da. Schlaf gut. Gute noch. Gernot. Da waren es doch noch 5. Und der Ju hat keine Strümpfe. Und der Slain, der Bösewicht, der haut nem Ali ins Gesicht. Ne? Ne? Ein Apfel ist gut. Was? Aber egal, hier ist ein Rogue. Ne, Feral. Du hast, du hast Strümpfe bis zu den Knie. Der Feral ist geil. Steht neben mir. Ich hör auf dieses Geräusch so. Ne? Wenn so jemand im Stealth ist, greift den an. Er geht aus dem Spiel. Achso, aus dem Match hier. Wie genau war das Geräusch? Keine Ahnung. Dieses Geräusch. So ein tiefes Geräusch. So ein dumpfes Geräusch ist das halt. Das kennst du so. Ja, so. Läuft ein Shogun an dir vorbei. Läuft ein Shogun an dir vorbei. Läuft ein Shogun an dir vorbei, Zap. Kannst ein Dance-Move machen. Zap-Dancing. Zap-Dancer. Zap-Dancer. Ist das Dash-Dancer oder Zap-Dancer? Ich babbel mal grad. Hm. Hier ist ein böser Heilschamane. Da war ein böser Heilschamane. Oh wow, geht das hier grad ab. Geil. Echt? Also ich find's cool. Kein Lunarschlag. Kein Lunarschlag, Eule. Nein, ist wieder der Pally. Nein, ist wieder der Pally. Scheiße, werd ich grad auseinander genommen. Danke für die Heilung. Geil. Ich glaub, die mochten dich grad nicht. Kann ich verstehen. Schamane. Ist der grad tot runtergefahren? Kann das sein? Nein. Hast du hier gesnipet? Na weh. Das war so geil. Also ich guck noch so aus dem Augenwinkel. Sehen so links, wie er so fällt. Guck weg. Guck wieder grad auf meinen Gegner. Guck wieder zurück. Guck tot. Was, 4,8? 4,8? Nerf. Das sind beide tot. Ja, 4,8... 4,8... 4,86 Millionen. Ähm, der hat... Du hast zwei Kills. Du hast schon... Ich bin alleine. Oh scheiße, ich bin grad falsch. Ich bin auf dem Weg. Haltet durch. Bespuck ihn einfach. So lang, bis er nix mehr sieht. Ist das für Mine? WW ist überhaupt nix. Wollen wir mir allein? Weil Mine vier sind. Ja. Mine sind zwei. Ich bin auf dem Weg. Einfach nur durchschalten. Hier ist zwei oder vier? Hier ist drei. Drei. Genau, schön auf dem Chami. Ja. Da tut mir grad wirklich leid. Das ist Fokus. Ah, da steht er wieder auf. Dann ihn. Und nochmal tot. Puh. Der arme Kerl. Richtig kaputt geschlagen. Das ist so geil. Wie der Priest alle viert. Alle in sie ziehen. Zack. Charge. Und so alles mögliche drauf. Oh, was macht denn der Demon Hunter hier? Ich helfe euch mal. Ich helfe euch mal. Irgendein Aufstand. Ja, so ungefähr. Für mich ist er fast ein bisschen gekränkt. Und ich meine, der Pala ist einfach ein bisschen durchgerannt. Ich helfe euch mal. Ja, das sind die Pala. Und hat dabei Schüße gezogen. Immer Feli zuhause. Ich helfe Feli mit. So, der Demon Hunter stirbt jetzt gleich. Oh, yes. Das Maria. Bleibst du hier? Schau mal den da ein. Sorry nochmal. Ich gehe nach WWW. Oder auch nicht. Ich bin eingefroren. Nach WWW. Ich gehe nach WWW. Ich gehe nach WWW. Ich gehe dann auch mal nach WWW. Oh, ja. Gehen wir mal gucken. Okay, der eine Pali bleibt Mina. Wer will fleißige Handwerker sehen? Der darf nicht zum Drogi gehen. Der darf nicht zum Drogi gehen. Der soll nach Podern gehen. Oh, ja. Das ist nicht so geil. Was? Das wird dir immer dumm gebracht? Ne. Das war ich nicht geduldig. Achso. Oh, Schami tot. Ich gehe trotzdem ständig hinzu und bis ich da bin. Der Mann. Der ist total böse. Ja. Ich kann es ja nicht für... Au. Was war das denn? Das klingt wie Feli, warst du das? Wer war da? Hm? Warst du das gerade, Feli? Was denn? Ey, du... Unglaubliche Geräusche kommen aus deinem Mikrofon. Echt? Ich habe nur immer die Augen gerieben. Ja. Ah, da bist vielleicht... Was hast denn du für Augen? Mit dem Mikrofon. Was hast du für Hände? Was hast du für Hände? Was hast du für Hände? Oh, geil. Froschoh. Ja, unsere Doppelvergrasung-Brillen. Du bist wahrscheinlich mit deinen Pranken ans Mikro gekommen. Ja, ich bin auch eigentlich gar kein Mensch. Wer ist das schon? Ich habe es so gemacht. Jetzt hat er nichts mehr, ne? Ich glaube, der Dean-Hunter wurde zerfetzt. Gibt es zwei irgendwie an der Mine? Ja. Oh, bin auf dem Weg. Shadow wahrscheinlich. Nein, der ist noch gar nicht da. Immer noch nicht. Hältst du ihn auf, oder was? Nee, nee. Der ist jetzt hier noch im... Spielst du? Ja. Slane, halt durch! Ich bin auf dem Weg! Ne, der Shadow ist hier. Nein, der jetzt steht auch in der Priesterhalle. Mensch, ihr guckt doch gerade auf den Milch. Ich habe es schon mit ihm. Aua! Wer zieht denn da ständig die Nase so laut hoch? Ah, Juh! Hab ich mich irgendwie zu empfindlich eingestellt? Ne, das war der Juh! Der Fehler im Leben. Ich habe es nicht so jemandem auch gesehen. Was ist denn, wenn man das Lineal nach rechts verschiebt? Ist das dann sensibler oder nicht mehr sensibler? Es kommt auf den Regler drauf an, den du betätigst. Boah! Wie heißt denn der Regler? Es kommt drauf an, ist eine Juristenaussage. Sag das nicht! Ja, es ist aber so. Welchen Regler betätigst du denn? Oder welchen Regler willst du betätigen? Keine Ahnung, ich will nach rechts. Ja. Der Feli-Troll ist real. Yeah! Win! Ey, kriege ich auch mal nicht Sachen des Kämpfers? Nein. Bei Sprachaktivierung ist das so eine Schiebeleiste. Minus 10, minus 20, plus 10... Also, du gehst... Ja, okay, dann gehst du auf Testen. Und dann siehst du ja, wie dein Mikro ausschickt. Wenn du zum Beispiel nur so ganz leise sprichst und wenn du flüsterst. Und dann tust du den Regler so weit rechts schieben, dass es durchs Flüstern nicht direkt ausgelöst wird. Oh-oh! Das heißt, du musst dann ins Mikro richtig... Du musst dann reinsprechen. Du musst dann laut oder deutlich reden. Und nicht... Bin ich voll schnau! Ah, manchmal. Ich sag ja, man muss dich einfach heiraten. Oh, wie süß! Ich... Ja, ist fieße sogar noch. Nehmt mal an, ich will kurz abkommen. Oh, wie geil! Ich möchte gerne einen Infam. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es schon längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, Tschüss! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020